Was ist das, was wir über globale Migration sprechen, müssen wir uns erstens klar machen, dass das ein Ausdruck von Globalisierungsprozessen ist und dass es kein Politikfeld ist, was ein Staat im Alleingang regeln kann, sondern das geht nur in Zusammenarbeit und Kooperation. Der zweite Punkt ist, wenn wir über globalisierte Wanderungen sprechen, ist, es ist eine hochpolitisierte Debatte. Da gehen die Emotionen hoch, da bleibt die Sachlichkeit oft auf der Strecke und umso wichtiger ist es eben, Zwischentöne aufzuzeigen, abzuwägen und verlässliche Informationen zu bieten. Das ist sehr wichtig. Das dritte ist, es ist eben eine sehr komplexe Herausforderung und betrifft innen- und außenentwicklungspolitische Probleme und Fragestellungen und die müssen auch im Zusammenhang gesehen werden. In Marokko hat in den vergangenen Jahren ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Das Land hat sich entwickelt von einem reinen Herkunfts- und Transitland von Migranten, eben auch zu einem Aufnahmeland für Migranten. Das birgt natürlich eine Reihe von Herausforderungen in sich, gerade zum Beispiel im Themenfeld sozialer Zusammenhalt. Es steht jetzt an, dass die marokkanische Regierung eine ganze Reihe von Migranten eben auch in ihr System, Arbeitssystem, Schulsystem integrieren möchte. Und es bietet natürlich aber auch viele Chancen. Chancen einerseits für die Migranten, sich gut zu integrieren in ein neues Umfeld, einen Beitrag auch zur wirtschaftlichen Entwicklung Marokkos zu leisten und letztendlich zu einem vielfältigeren und bunteren Marokko beizutragen. Also die Wissenschaft kann beitragen, diese Migrationsfragen, Migrationsprobleme zu bewältigen, indem sie natürlich erstens Wissenslücken schließt, Informationen gibt, wie groß sind eigentlich die Wanderungsbewegungen, wer wandert eigentlich von wo nach hin, unter welchen Bedingungen, also Daten aufbereitet. Das ist, glaube ich, das Zentrale. Das Zweite ist, sie kann helfen, indem sie Erfahrungen aufbereitet, analysiert, gut Practices zusammenfasst und daraus eben als Drittes dann Vorschläge macht, wie denn eigentlich eine entwicklungsorientierte oder eine flüchtlingsmigrationsorientierte Entwicklungspolitik aussehen könnte. Die GIZ unterstützt die marokkanische Regierung dabei im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit und auch im Auftrag des Auswärtigen Amtes, dabei die nationale Migrations- und Asylpolitik entsprechend umzusetzen. Wir setzen da auf verschiedenen Ebenen an. Wir haben uns einerseits bewusst die lokale Ebene ausgesucht, weil eben die Migranten, die neu in Marokko ankommen, oder auch Migranten, die wieder den Rückweg zurück ins Land finden, in den Städten ankommen. Und deswegen unterstützen wir zehn marokkanische Kommunen dabei, auf lokaler Ebene Integrationsarbeit zu leisten und neue Konzepte der Integrationspolitik umzusetzen. Auf der anderen Seite unterstützen wir auch die marokkanische Regierung dabei, ein nationales Asylsystem aufzubauen, damit Marokko künftig eben auch Asylsuchenden Flüchtlingsschutz entsprechend gewähren kann. Die nachhaltige Migrationspolitik setzt voraus, dass sich die verschiedenen Politikfelder und die dazugehörigen Ministerien entsprechend koordinieren. Marokko hat eine nationale Migrationspolitik jetzt verabschiedet und hat auch ein neues Ministerium dafür geschaffen, die diese Koordinierungsfunktion einnehmen und eben das Migration als transversales Thema zwischen Bildungsministerium, Gesundheitsministerium, Innenministerium und anderen Politikfeldern eben entsprechend zu koordinieren. Zweiter wichtiger Punkt auf internationaler Ebene ist eben auch, dass Partnerschaften geschlossen werden, dass ein Dialog stattfindet. zwischen Entsendeland und zwischen Ankunftsland und dass sich beide Länder gemeinsam Gedanken machen über Themen wie Mobilisierung der Diaspora, Integration, aber eben auch über Themen wie Rückführung. Marokko hat 2013 mit der Europäischen Union die Mobilitätspartnerschaft unterzeichnet. Das ist ein Instrument, was viele Chancen bietet, um eben diesen Dialog weiter zu fördern und weiterzuentwickeln. Also eine nachhaltige Migrationspolitik muss auf Kooperation, auf Zusammenarbeit beruhen und zwar auf Augenhöhe. Also das, was wir oft nicht hatten in der Vergangenheit, dass es ungleiche Verhandlungen gab, das geht nicht mehr. Man muss sehen, was der Partner will und muss eben sehen, dass man da zusammenkommt. Und das ist, glaube ich, das allerwichtigste, Kooperation zu schaffen auf einer vernünftigen Grundlage. Es ist, glaube ich, sehr wichtig in der aktuellen Debatte über Migranten, aber auch über Flüchtlinge nachzudenken. Wir haben ja gemischte Wanderungen. In der Praxis vermischen sich beide Wanderungsformen. Und in der Entwicklungszusammenarbeit tendiert man entweder dazu, das eine zu machen oder jetzt in der jüngsten Vergangenheit eben stärker was für Flüchtlinge zu machen. Und ich glaube, beide Bereiche müssen zusammenkommen und man muss sozusagen für beide Bereiche gemeinsame Ansätze finden. Und ich glaube, das gelingt auch.